Der eine hat Frenklauen, der andere hat eine Jacke an, aber es hört nicht gut. Da stehen wir zwischen dem SV und Mecklen und dem Kack Zwiebeldingen, wird präsentiert von diesen Sponsoren Alter Industrie- und Verwaltungsbau in Meschede-Enste, von der Sparkasse Meschede, von der Verhältnis Brauerei und der AOK Nordwest. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, zu Hause bleiben. Riecht mir auch wieder. Ja, ich muss jetzt hier reinkommen, wie das hier ist. Auf die Patsche! Na, du hast recht, du. Das stimmt. Mach da, dann. Ja, das stimmt. Mach da. Das tun wir dir ja. Boah, dieses in der Mitte. Das ist auch eine Schein-Fall-Untertitelung. Das ist auch eine Schein-Fall. Das ist auch eine Schein-Fall-Untertitelung. 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 Viktor Mayer erhöht für Meppen auf 3 zu 0. Wenn er verliert, macht er eine Schein-Fall-Untertitelung. Das ist auch 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 eine Schein-Fall-Untertitelung. Vielen Dank.